Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute schauen wir uns mal Calculate Linux an. Calculate Linux ist ein Betriebssystem aus Russland, basiert auf Gentoo und gibt es in mehreren Desktop-Variationen, KDE, Cinnamon, LXQ zum Beispiel. Allerdings kein Gnome, was ich sehr interessant finde. Und dann schauen wir doch mal drauf. So hier auf calculate-linux.org finden wir dann im Prinzip die Projektseite, vollständig auf Russisch natürlich. So, da können wir das Ganze mal hier noch umschalten auf Englisch und das ist dann ein bisschen besser zu lesen. Und dann möchte ich mal einfach schauen, was Calculate Linux so alles zu bieten hat. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Calculate Linux schon ziemlich lange verfügbar ist und schon ziemlich lange auch quasi gepflegt wird. Unter dem Punkt History kannst du dir die komplette Geschichte zu Calculate Linux einfach mal durchlesen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie langsam und stetig das Projekt weiter und weiter gewachsen ist. So, Calculate Linux gibt es noch in verschiedenen Variationen. Da gibt es zum Beispiel den Directory Server, dann gibt es noch Linux Desktop und Calculate Linux Scratch. Scratch ist quasi so das Basissystem ohne irgendwelche installierte Software. Dann gibt es hier noch eine Dokumentation und ein Wiki, wo man alle wichtigen Sachen dann auch nochmal nachlesen kann. Alles in allem scheint Calculate Linux doch ein sehr, sehr aufgewecktes Projekt zu sein. So, unter Downloads finden wir dann den jeweiligen Flavor, den wir haben wollen. Es gibt noch einen sogenannten Nightly Build, das ist dann wirklich Running Edge, wie man so schön sagt. Und dann können wir hier aussuchen, ob ich einen Desktop-Server oder sogar eine Cloud installieren möchte. Man kann nämlich Calculate Linux auch in einem Container installieren. Auch das ist ziemlich interessant. So, wir gehen jetzt hier aber mal auf Desktop und dann finden wir hier ein paar Desktop-Editionen. Unter anderem eben dann hier mit den vorgefertigten Desktop-Umgebungen. Es gibt noch eine XFCE Edition Scientific. Ich nehme mal an, da werden dann noch Software und Programme drauf installiert sein, die gerade aus der Wissenschaft ziemlich wichtig sind und nützlich sind. Und hier gibt es noch die Scratch Edition, quasi mit einem einfachen X-Server und ansonsten ohne die Software. So, dann würde ich sagen, wir wählen jetzt hier mal eines aus. So, ich habe mich jetzt hier für LX-Cute entschieden und das Ganze habe ich hier auch schon mal runtergeladen. CL-DL23, hier CL-DL23 ist fast 3 GB groß und das bedeutet, ich gehe davon aus, dass da schon eine ganze Menge vorinstalliert ist und ein schönes, fertiges System ist. Und wie immer hier auf diesem Kanal installiere ich ein Linux-Betriebssystem nicht in eine virtuelle Maschine, sondern ich installiere alles auf echter Hardware. Und so habe ich diese ISO bereits auf meinen Ventoy-Stick geladen, den Ventoy-Stick in meine Labormaschine eingesteckt und hier sind wir dann auch schon. Hier ist der Ventoy-Stick und hier oben finden wir dann CL-DL23. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze hier funktioniert. Ich habe das Ganze jetzt noch nicht installiert, auch noch nicht getestet und deswegen ist das für mich jetzt hier auch eine kleine Überraschung. Sehr schön finde ich, dass hier bereits im Grub-Menü ein paar Optionen schon zum Thema Sprache, Audio, Zeitzone und so weiter ist. Und das möchte ich gleich mal auswählen. Ich nehme bei Language Selection gleich schon mal Deutsch, Deutschland. So, dann können wir direkt im Anschluss auf Audio Selection gehen. Dann, ich nehme Pipewire, dann Zeitzone möchte ich ebenfalls schon hier auswählen. Und da sind wir in Europa und Berlin. So, hier haben wir es, Amsterdam, Berlin, Bern und so weiter. Einmal ausgewählt. Video Selection und Resolution Selection, das brauche ich hier nicht, weil das soll der automatisch hier auswählen. Ich könnte es aber tatsächlich noch mal auswählen. Hier sind am Prinzip die ganzen verschiedenen Treiber drin, die ich laden kann. Ich sage einfach automatisch. Der soll die automatisch auswählen und bei der Auflösung, auch hier möchte ich, dass er die automatisch auswählt, basierend auf dem Display, Einstellungen, die er erkennt. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt hier direkt auf Calculate Linux Desktop, AlexCute Live DVD. So, sehr schön. Das System ist jetzt gestartet. Wir haben ein wunderschönes Hintergrundbild von einem Gemälde eines Berges. Finde ich sehr, sehr schick. Ja, und wenn ich mit der Maus hier unten hingehe, dann klappt hier schon ein Dock aus mit den wichtigsten Programmen, die man eben bei der Arbeit so gebrauchen kann. So, da haben wir hier den Installationsguide. Wir haben hier einen Partitionsmanager GParter. Das gibt hier direkt Calculate Linux Installieren. Und im Prinzip kann man hier alles schon mal ausprobieren, weil auf dieser Live ISO bereits alles Mögliche schon vorinstalliert ist. Ich gehe jetzt aber direkt auf Calculate Linux Vorinstallieren. So, so wie es aussieht, handelt es hierbei um einen Installer, der selbst geschrieben ist. Um einen selbst geschriebenen Installer. Finde ich sehr, sehr gut. Dadurch ist allerdings die Sprache vollständig auf Englisch. Wobei der Rest der Sprache schon auf dem System bereits auf Deutsch eingestellt ist. Nämlich basierend auf den Einstellungen, die wir im Grub bereits vorgenommen haben. So, das ist aber alles gar nicht so schlimm. Hier hat er die Locales quasi schon soweit ausgesucht. Ich klicke mal noch auf Advanced Settings, einfach um zu schauen, was wir hier sonst noch so auswählen können. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass ich hier die richtige Tastatur auch auswähle. Das Keyboard Layout ist Deutsch und Hardware Clock Typ ist .local. So, dann können wir hier direkt auf Next. So, hier können wir dann das Installationsimage auswählen. Es ist nur eines verfügbar. So, hier kommen wir dann zum Installationstyp. Hier steht Erase Disk in Install Calculate Linux. Ich gehe aber hier nochmal auf Partitions to be Created, weil ich möchte sicher gehen, dass er auch die richtige Festplatte auswählt. So, hier kann ich nämlich schon auswählen, welches Dateisystem für die Root Partition ich haben möchte. Da hätte ich gerne ButterFS. Für eine eventuelle Datenpartition können wir ebenfalls ButterFS nehmen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und für Devices for Install, da wähle ich ausschließlich die Venus Corp aus und die anderen lasse ich unberührt. So, hier schlägt er mir im Prinzip das Partitionslayout auch vor. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Netzwerkeinstellungen aus dem Live-System zu migrieren oder händisch ein Netzwerk zu konfigurieren. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, um ein Root Passwort festzulegen. Und das machen wir auch gleich mal. Dann nehmen wir ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Root User. Hier ist bereits ein Gastnutzer angelegt. Wenn ich darauf klicke, kann ich hier den Benutzernamen anpassen. Und ich nehme Benutzer Typ. Der soll vollen Zugriff bekommen mit allen Gruppen. Und dann gibt es noch ein kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Und ich möchte mich nicht automatisch einloggen. Welche Einstellungen es hier noch gibt. Hier habe ich die Möglichkeit, die Benutzerprofile entsprechend zu verschlüsseln. So, hier mache ich jetzt einen Haken rein, weil ich diesen auch eben aktiviert haben möchte. Und dann sage ich einmal Next. Sehr schön. Mein sicheres und kompliziertes Passwort hat er nicht akzeptiert. Das ist überhaupt nicht so schlimm. So, dann kommen wir hier zum Audiosystem. Hier kann ich jetzt aussuchen, ob ich Pipewire oder Alsa haben möchte. Ich belasse es bei Pipewire und sage, das Standard Audio Interface soll hier in dem Falle HDMI sein. Das hat dann nämlich den Vorteil, dass der Ton direkt über meine Capture Card hier in OBS eingespielt wird. Und falls Ton kommt, können wir es dann hören. So, bei Video hat er jetzt schon erkannt, dass ich eine Intel Grafikkarte drin habe. Das ist also quasi eine kombinierte GPU. Also meine CPU ist auch meine GPU. Deswegen brauche ich hier auch keine besonderen Treiber. Ich brauche keine AMD Radeon Treiber, auch keine Nvidia Nouveau Treiber, sondern einfach normal Intel. So, hier gibt es einen Update Checker. Und hier steht, dass er alle 24 Stunden nach Updates einfach checken soll. Er soll alle 24 Stunden prüfen, ob ein Update verfügbar ist. Das kannst du hier auch einstellen mit täglich, alle 12 Stunden oder sogar alle 6 Stunden. Ich denke, 24 Stunden sollte dann wirklich ausreichen. So, hier kann ich jetzt nochmal die komplette Übersicht mir anschauen. Und wenn mir das gefällt, klicke ich einfach auf Run. So, die Installation ist soweit durch. Die ging auch recht zügig, hat gar nicht so lange gedauert. Und nicht verwirrt sein wegen der Uhrzeit jetzt hier oben, dass da eben steht, irgendwie erst stand da um 9 und jetzt ist es um 12, dass das Ganze jetzt hier 3 Stunden gedauert hat. Das liegt nur daran, dass während der Installation die Zeitzone angepasst wurde. Also im Prinzip hat das Ganze, keine Ahnung, 10 Minuten oder so gedauert. Also es war wirklich nicht allzu lang. Trotz, dass es ein Gen 2 basierendes Betriebssystem ist, ging das wirklich rucki zucki. Gut, so, dann starten wir mal das System einmal neu. So, und hier haben wir das Grub-Boot-Menü von Calculate Linux. Das sieht man so ein bisschen an dem schillernden, schimmernden Hintergrund. Der sieht wirklich sehr, sehr schön dezent aus. Und wir sehen auch hier meine Debian-Installation, mein Datensicherungs-Server, der sich ebenfalls hier auf diesem System befindet, wurde erkannt. Aber ich gehe natürlich hier direkt auf Calculate Linux Desktop. Und da sind wir auch schon im Login-Bildschirm. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich möchte mich hier nicht mit Root, sondern mit meinem Typ-Account einloggen. Passwort rein und einmal auf Login. Und schon sind wir hier auf dem Desktop wieder mit diesem wunderschönen Hintergrund. Und ja, das sieht alles wirklich sehr, sehr toll aus. Und ich muss erst mal sagen, die Installation war wirklich total schön. Die war super einfach, sehr, sehr intuitiv und vor allem auch sehr, sehr schnell. Dafür, dass es sich eben um ein Gen2-Betriebssystem handelt. Und ja, wir fangen jetzt an, hier einfach mal ein bisschen rumzuschauen. Als allererstes mache ich einen Rechtsklick hier irgendwo auf dem Desktop und gehe hier direkt mal auf die Arbeitsflächeneinstellung. Einfach mal umzuschauen, was hier so verfügbar ist. Was mich natürlich interessiert, ist der Hintergrund. So, und hier wird dann zum Beispiel schon ein Hintergrund angeboten. Das ist das, was wir gerade hier im Hintergrund sehen. Wenn ich auf Suchen gehe, kann ich schauen, ob hier andere Hintergrundbilder bereits mit verfügbar sind. Ich mache hier einfach mal ein bisschen Vollbild, dann sehen wir das vielleicht. Ich mache hier mal Vollbild. So, das ist im Prinzip das Standard-Hintergrundbild. Ich gehe jetzt hier aber einfach mal ein Stück zurück. Vielleicht finden wir ja noch ein paar mehr Hintergrundbilder. Und aha, hier sieht es doch schon ein bisschen spannender aus. Wir können hier quasi im Prinzip die ganzen Hintergrundbilder einmal wirklich durchgucken. Wenn ich hier zum Beispiel 1, 2, 3, da wäre das hier zum Beispiel. Ich kann mal gucken, ob ich es ein bisschen größer hinkriege. Sieht nicht danach aus. Geht leider nicht größer. Ich kann es nicht größer anzeigen. Haben wir hier ein Screenshot von auch einem Bild quasi. So, was haben wir sonst noch? Ja, und da kann man im Prinzip hier einfach mal komplett durchschauen, was es hier noch an Hintergrundbildern gibt. Also es gibt hier wirklich dann noch diverse Hintergrundbilder aus vergangenen Versionen von Calculate Linux. So, ich nehme einfach mal dieses hier, weil das finde ich sehr, sehr schick. Das sind zwei Pinguine auf dem Mond, keine Ahnung, oder im Weltraum. Ja, tatsächlich auf dem Mond und blicken auf die Erde herab. Finde ich irgendwie sehr, sehr schick. Ich mag ja sowieso so ein bisschen alles, was mit Weltraum zu tun hat. Dann können wir das Ganze jetzt auch so lassen. Gut, soweit der Desktop. Dann schauen wir gleich mal hier unten in das Dock rein, was hier automatisch sich ausblendet. Das ist die Schnellstartleiste. Und da haben wir hier ganz links den Chromium Webbrowser, was ich übrigens sehr, sehr schick finde, dass sie hier wirklich einen freien, quelloffenen Browser hier standardgemäß drin haben. Und sehr schön, es gibt direkt eine Startseite von Calculate Linux, quasi start.calculatelinux.org, wo man dann von hier aus auch direkt Zugriff hat auf die Social-Media-Konten von Calculate Linux. Und hier auch ein paar News, beziehungsweise es sind Toots von Mastodon. Kann man auch hier quasi, ja, einsehen und schon mal schnell auf die Schnelle lesen. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. So, dann gibt es hier ein Mail-Programm, das ist Claw's E-Mail. Dann ein Chat-Client XMMP, LibreOffice Writer und Calc haben wir hier unten in Taschenrechner. Gimp ist vorinstalliert. Nomax ist ein Bildbetrachter. Die Erdbeere ist ein Media-Player, wenn ich mich nicht irre, ein Audio-Player. Genau, das ist Strawberry-Music-Player. Dann haben wir hier noch den SM-Player, das ist quasi ein Video-Player. Und hier gibt es noch einen einfachen Text-Editor, Feather-Pad. Und ganz rechts dann das Terminal. Also wirklich sehr wichtige Tools, die man so im täglichen Bedarf eben gebrauchen kann. Sehr, sehr schön. So, hier oben sehen wir in der oberen Leiste, das Ganze ist hier ähnlich angeordnet, wie es bei einem Mac-Betriebssystem eher angeordnet ist. Also unten das Dock und oben dann die Aktivitätsleiste. Und dann gibt es hier auch mehrere Desktops. Da kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier etwas geöffnet habe, auf Desktop 2 gehen. Und dann befindet sich der offene Ordner hier auf Desktop 1 zum Beispiel. Gut, dann schauen wir mal in das Menü rein, was wir hier alles so haben. Unter Büro finden wir die komplette LibreOffice-Bibliothek. Finde ich sehr, sehr gut. Dann gibt es hier einen FB-Reader, also einen E-Book-Reader und ein PDF-Anzeigeprogramm. Unter Grafik haben wir den, also GIMP bereits vorinstalliert. Ein ScreenGrab, das ist quasi ein Bild zum Screenshots oder Bildschirmaufnahmen, ein Tool zum Erstellen. Dann haben wir hier ScreenGrab, ein Tool zum Erstellen von Screenshots. Dann noch ein Scanner-Tool und eben Nomex, der Bildbetrachter. Bei Internet finden wir einmal den Chromium Browser, den haben wir ja eben schon gesehen. Dann das E-Mail-Programm Clause, der XMPP-Chat-Client und ein IRC-Client. Ich glaube, das sind alles so zwei Sachen, die gar nicht mehr so aktiv sind aktuell, zumindest hier nicht im westlichen Raum. Ich weiß nicht, wie es in Russland direkt ist, wo ja das Betriebssystem herkommt. So, Remina ist ein Programm zum Verbinden mit einem entfernten Rechner. Und dann haben wir noch den Qubit-Torrent-Client. So, bei System-Werkzeuge haben wir einmal wieder G-Parted. Dann Q-Directory-Statistik. Das Tool finde ich unglaublich cool. Das finde ich total klasse und sehr, sehr wichtig auch. Wenn man nämlich bemerkt, dass einem die Festplatte irgendwann überquillt und man nicht genau weiß, wo sind denn jetzt die größten Dateien, die größten Speicherfresser, dann kann man hier im Prinzip das jeweilige Verzeichnis auswählen. Und dann werden alle Unterverzeichnisse angezeigt, inklusive deren Dateien und wie groß sie sind. Und das Ganze hier auch nochmal als Datenblöcke auch hier unten angezeigt. Und so kann ich zum Beispiel sehen, dass der Config-Ordner hier mit 36 MB der aktuell größte Ordner ist. Und so kann ich dann der Speicherbelegung immer tiefer auf den Grund gehen. Hier zum Beispiel im Config-Ordner ist der Chromium-Ordner der Ordner mit dem größten Speicherbedarf. Und so kann ich hier immer weiter aufklappen und schauen. Aha, das sind hier also die Erweiterungen, die so viel Speicherplatz fressen mit circa 23 MB. Und dann kann ich überlegen, okay, soll ich Speicher freigeben, soll ich diese Erweiterung jetzt zum Beispiel löschen oder nicht. Das ist sehr, sehr schön, um seinen Speicherplatz zu administrieren. So, dann haben wir hier noch das Q-Terminal. Das ist im Prinzip von LXQ das Standard-Terminal. Und dieses Terminal gibt es auch nochmal herabhängend, heißt das. Und dieses herabhängende Terminal, was ich mit F12 jeweils immer ab- und anschalten kann, das ist im Prinzip analog zu YARQUAKE. Ebenfalls ein Terminal, was ich hier auf diesem Kanal schon mal vorgestellt habe in einem der Sonntags-OS-Folgen. Also mit F12 kann ich immer ganz schnell das Terminal rausholen. Dann kann ich hier irgendwas machen und mit F12 auch wieder rein. Und das Gute ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, mal schaue, ob wir HARTOP drin haben, haben wir. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Tool in YARQUAKE, beziehungsweise in diesem hängenden Terminal öffne, kann ich hier einfach F12 drücken. Dann kann ich halt irgendwas anderes machen und zwischendurch mit F12 dieses Programm wieder rausholen. Das heißt, das Programm, was ich in diesem Terminal geöffnet habe, bleibt erhalten. Das heißt, die Session bleibt erhalten. Die Shell wird lediglich ausgeblendet nur mit F12. Machen wir weiter. Hier gibt es dann noch den Task Manager, den einfachen LXQ-Task Manager. Und dann haben wir noch den SM-Player und Strawberry. Das haben wir hier unten schon gesehen. Und unter Zubehör haben wir auch nochmal den Texteditor. Dann PCman.fm. Das ist der Standarddatei-Manager für LXQ-T. Dann gibt es hier noch Clipper und X-Archiver. Das sind alles LXQ-Tools, die man so gebrauchen könnte. Und dann gibt es hier noch die Calculate-Konsole. Die möchte ich mir mal fix anschauen. Und das sieht mir doch ziemlich interessant aus. So wie es aussieht, kann ich hier mittels dieser Calculate-Konsole direkt meinen Rechner konfigurieren und habe alle Konfigurationssachen im Überblick. So kann ich zum Beispiel eine Systeminstallation nochmal durchführen oder auch die Update-Profile ändern und vieles, vieles mehr. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann kann ich hier oben zum Beispiel eine neue Verbindung hinzufügen und mich zum Beispiel auf einen anderen Rechner zugreifen, der zum Beispiel im selben Netzwerk oder in einem anderen Netzwerk ist. Und dann quasi mittels IP und Port. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Dann gibt es hier noch Calculate Linux Update. So, das Update-Repository ist hier standardgemäß auf GitHub eingestellt. Da gibt es dann noch das Repository Calculate. Ich lasse jetzt einfach GitHub, wenn das Ganze quasi standardgemäß schon drin ist. Hier kann ich dann auswählen, ob nur Stable-Updates installiert werden sollen. Was immer zu empfehlen ist, wenn ich dieses System als täglichen, für den täglichen Bedarf. Da ist es nie notwendig, immer das Bleeding-Edge-System zu installieren. Zumal das Ganze dann auch oft sehr instabil wird. Und hier unten kann ich dann noch bei erweiterte Einstellungen auswählen, welche Repositories hier synchronisiert werden sollen oder auch können. Dann würde ich sagen, wir machen einfach Run und schauen mal, ob hier Updates durchgeführt werden. So, das Paket-Update, also die Paket-Listen-Updates wurden jetzt erstmal durchgeführt. Und hier zeigt der an, dass jetzt fast 600 Pakete geupdatet werden sollen. Und dem stimme ich jetzt einfach mal zu und werde jetzt hier einfach mal auf Yes drücken. Es kann natürlich sein, dass das Ganze jetzt unfassbar lange dauern wird. So, wer die Updates lieber im Terminal durchführen lassen möchte, anstatt auf der grafischen Oberfläche, der kann das mittels Gen2-Befehlen tun, nämlich mit sudo emerge. Dann kann ich das quiet-Fleck nehmen, damit der mir nicht so viel in das Terminal ausgibt. Dann einmal Update, dann einmal New Use, Deep und dann Add a World, was im Prinzip das gesamte System ist. Dann einmal das Passwort und hier steht Typ ist nicht in der sudo-as-Datei. Okay, dann machen wir einfach su und dann ein Minus. Dann machen wir das so ähnlich, wie das bei Debian gemacht wird. Und dann kann ich hier im Prinzip einfach diesen Befehl jetzt kopieren. Dann brauche ich diesmal kein sudo davor setzen und sage einmal Yes. Allerdings sollte man quiet richtig schreiben. Und dann geht die Aktualisierung los. Und da es sich hierbei eben um eine Gen2-Aktualisierung handelt, werden quasi die rohen Quellpakete heruntergeladen. Und diese müssen dann auf dem eigenen System entsprechend kompiliert werden. Und das kann natürlich je nach Leistung und Geschwindigkeit des Rechners eine kleine Weile dauern. So, aktuell sind bei mir hier über 592 Pakete verfügbar zum Updaten. Und leider habe ich auch nicht die benötigten Ressourcen und somit auch die Zeit, das Update hier dann auch durchlaufen zu lassen, weil das wird tatsächlich eine ganze Weile dauern. Und deswegen werde ich das Ganze einmal abbrechen mit STRG-C. Das ist auch überhaupt nicht so schlimm. So, und ich möchte aber zusätzlich noch zeigen, wie man auch Programme installiert. Denn, so wie wir gesehen haben, haben wir ja schon einige Programme auch drauf. Was uns natürlich fehlt, ist ein Software-Center, wie man es vielleicht gewohnt ist, von anderen Betriebssystemen, wo man eben die Software in einem grafischen Software-Center einfach raussucht und dann kann man sie entsprechend installieren. Das ist hier nicht verfügbar bei Gen2. Hier muss man tatsächlich dann auf den Seiten von Gen2 bei Portage in der... Hier muss man tatsächlich dann bei Portage im Prinzip nachschauen. Das ist im Prinzip dieser Paketmanager, was an Paket... Was an Paketen so verfügbar ist und kann diese dann eben im Terminal installieren. Das ist dann tatsächlich schon ein bisschen mehr für erfahrene Leute oder eben auch für Neulinge, die sich durchaus trauen, mal was Neues auszuprobieren. Ich zeige das Ganze jetzt anhand von Neofetch. So, also wir sind bereits root, also werde ich jetzt hier wieder Emerge machen. Sage, ich möchte wieder Quite. Das kann ich zum Beispiel auch so machen, quasi, dass der nicht zu viel Text ausspuckt nachher beim Kompilieren und Installieren. Ich möchte auch ein A noch hinten dranhängen. A bedeutet, der soll mich dann bitte nochmal fragen, ob ich es auch wirklich installiert haben will. Und dann kann ich im Prinzip eingeben, was ich haben möchte. In dem Falle Neofetch. Und sollte es jetzt Neofetch in mehreren Kategorien geben, wird er mich jetzt gleich darauf hinweisen. Ansonsten nimmt er dieses eine Neofetch. So, hier zeigt er auch an. Die Kategorie ist App-Misc. Und es ist nur eine Kategorie hier. Sollte es jetzt mehrere Kategorien geben, hätte ich jetzt aussuchen können, aus welcher Kategorie ich das Ganze installiert haben möchte. So, wir nehmen aber dieses Neofetch aus der einen Kategorie. Er fragt mich jetzt nochmal, ob ich das jetzt auch wirklich möchte. Und ich sage einfach Yes und Enter. So, das Ganze hat er jetzt heruntergeladen. Jetzt installiert er das. Und schon ist er fertig mit der Installation von Neofetch. Und das Schöne, was ich daran finde, Gen2 hat jetzt quasi erkannt, dass man noch eine Image-Bibliothek zusätzlich installieren kann. Nämlich einmal imlib2 und w3m. Um eben innerhalb von Neofetch auch Bilder anzeigen zu lassen. Und das war es auch schon mit diesem kleinen Einblick in ein wunderschönes Betriebssystem namens Calculate Linux Desktop. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schön zu benutzen. Man muss sich natürlich wieder ein bisschen mit Gen2 auch auseinandersetzen, wenn man besonders das Terminal nutzen möchte. Grundsätzlich finde ich es sehr, sehr gut, da es sehr ressourcenschonend ist und sehr schlank auch ist. Einziges Problem ist nachher mit der Installation von Updates. Dadurch, dass diese aus Quellpaketen heruntergeladen und kompiliert werden, braucht das nachher beim Updaten unglaublich viel Ressourcen und auch sehr, sehr viel Zeit. Wer diese Zeit hat, der wird mit Calculate Linux überhaupt kein Problem haben. Die Installation fand ich unfassbar toll. Sehr, sehr schön, sehr, sehr einfach und vor allem auch sehr, sehr schnell, da das System eben nicht frisch aufgesetzt und kompiliert wurde, sondern ein fertiges Image einfach auf die Festplatte kopiert wurde. So hat man dann ganz fix und einfach ein schnelles, fertiges Gen2-System drauf. So, für wen ist Calculate Linux geeignet? Nun, eher für erfahrene Anwender, die genau wissen, was sie wollen. Für Anfänger ist es nur sehr, sehr bedingt zu empfehlen, es sei denn, du möchtest dich wirklich mal tief in die Linux-Materie einarbeiten und auch mal ein bisschen ausprobieren, dann macht sich Calculate Linux natürlich auch für dich sehr, sehr, sehr gut. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Wenn κα Oke o